Willkommen zum Tanz der Energien in Flaming. Energien, deren Fülle bewegt. Energien von Sonne, Wind und Menschen. Ob Direktvermarktung, Sport, Tauschring, Naturschutz oder sozialverträgliches Unternehmertum, eine Vielzahl von Initiativen und engagierten Menschen setzten ihren Lebenstraum für die Zukunftsfähigkeit der Region Flaming ein. Gemeinsames Denken und Handeln wird dabei sein Modell für eine nachhaltige Lebensweise. Auf Solarwärme bezogen, also Quadratmeter Solarkollektorfläche pro Einwohner. Das ist natürlich auch eine Frage von Missionierung. Man muss Menschen überzeugen, diese Möglichkeit der Technik überhaupt zu nutzen. Immer wieder, wenn ich so eine Gespräche führe, denken Sie dann im Pfarrhaus, der Pfarrer hat sein Licht, weil dort die Solarenergie ist.